Ist das der Anfang vom Ende für die deutschen Autobauer? Dieser chinesische BYD Dolphin kostet weniger als der ID.3. Hat VW in dieser Fahrzeugklasse überhaupt eine Chance gegen günstige Technik aus China? Oder fahren wir bald ausschließlich chinesische Autos, die sich automatisch mit unseren chinesischen Handys verbinden, während wir auf TikTok-Videos chinesischer Katzen schauen, die sich vor Fotos des chinesischen Turms in München erschrecken? Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann erfahrt ihr, welches dieser beiden Autos unter realen Bedingungen die bessere Reichweite hat. Punkt 1, Preis und Ausstattung. Das ist das Modell mit 204 PS, 310 Newtonmeter. Die Batterie hat eine Netto-Kapazität von 60,48 Kilowattstunden. Und aktuell gibt es für den Dolphin einen Rabatt von 3000 Euro. Das bedeutet, dieses Modell kostet in der Basis 31.990 Euro. Der ID.3 hat ebenfalls 204 PS, 310 Newtonmeter. Die Batterie ist aber kleiner, 58 Kilowattstunden netto. Und die Rabatte sind üppig. Aktuell gibt es nämlich mehrere Rabatte, die gelten bis zum 31.03.2024. Da gibt es einmal den Mobilitätsbonus, das sind 1785 Euro. Und dann gibt es nochmal eine Aktionsprämie, 5235 Euro. Das bedeutet, insgesamt kostet dieses Auto 32.975 Euro. Ist also günstiger als ohne Rabatt, offensichtlich, aber immer noch ein bisschen teurer als der BYD. BYD setzt auf einen Lithium-Eisenphosphat-Akku ohne Kobalt. Das macht ihn in der Produktion günstiger. Der Akkutyp kann zudem immer wieder auf 100% geladen werden, ohne dass es zu signifikanten Kapazitätseinbußen kommen soll. Die Zellen sollen in der Lage sein, 10.000 Ladezyklen zu verkraften. Das würde einer WLTP-Reichweite von über 4 Millionen Kilometern entsprechen. Allerdings nimmt der Akku mehr Platz ein als beispielsweise die ID.3-Batterie. Deshalb ist es schwierig, einen Akku mit mehr Kapazität in einem Auto dieser Größe unterzubringen. Beim ID gibt es dagegen die Option für eine 77 Kilowattstunden-Batterie. Im ID.3 Pro kostet die Wärmepumpe 990 Euro extra. Beim BYD ist die aber serienmäßig. Und er ist günstiger. Das bedeutet, in puncto Preis und Ausstattung, 1 zu 0 für den BYD. Punkt 2, Technik und Features. Was Features angeht, gibt es hier nichts, was man vermissen würde. Also man bekommt all das, was man bei einem Auto dieser Art erwartet. Zusätzlich gibt es sogar noch die Vehicle-to-Load-Funktion. Also die Möglichkeit von diesem Auto ein anderes Auto zu laden. In diesem Fall mit 3,3 kW. Das wurde von VW schon eine ganze Weile angekündigt, ist aber immer noch nicht verfügbar. Das Navi hier ist sogar in der Lage anzuzeigen, welche Ladestationen frei sind und welche belegt sind. Man fährt also nicht unnötig die falsche Station an. Es gibt also Spiele, die sind nicht wirklich wichtig dafür, wie das Auto fährt. Aber insgesamt kann man hier eigentlich nichts bemängeln. Es gibt die ganzen Features, die man gerne hätte bei einem Auto. Was beim ID.3 interessant ist, es gibt hier etwas, das heißt Functions on Demand. Das bedeutet, es gibt Dinge, die man hinzubuchen kann gegen Aufpreis in einem Abo-Modell. Dazu gehört zum Beispiel der Abstandstempomat. Das Navi kann dazu gehören, eine Zwei-Zonen-Klimaanlage. Das ist eigentlich eher negativ, wenn etwas zugebucht werden muss. Vor allem in einem Abo-Modell bin ich nicht so ganz überzeugt. Aber insgesamt sind diese beiden Autos, der BYD und der ID, von der Ausstattung her sehr ähnlich. Beziehungsweise es gibt nichts, was man vermisst, es gibt nichts, was heraussticht. Insofern bekommen beide einen Punkt. Und dann sind wir bei 2 zu 1 für den BYD. Wer von beiden am weitesten kommt, erfahrt ihr am Ende. Jetzt ist aber die optimale Gelegenheit, den CarWow YouTube-Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr Neuwagen sucht, dann geht auf carwow.de. Egal was du suchst, bei CarWow findest du das Auto, das zu dir passt. Schnell, einfach und ohne Stress. Spare jetzt bei Autokauf und Leasing auf carwow.de. Punkt 3, Verarbeitung und Qualität. Seht ihr dieses Kondenswasser beim BYD? Das ist ein Indiz für eher suboptimale Verarbeitung. Zieht sich komplett durch die gesamte Rückleuchte. Auch hier auf dieser Seite geht es weiter. Schauen wir mal vorne. Da gibt es auch hier ein Lichtband. Und das sieht aus wie ein kleines Aquarium. Schaut mal hier, wie das hier blubbert. Wenn man da noch einen Fisch reinwirft, dann kann der da drin rumschwimmen. Ja, eher so Mittelgut. Im Innenraum ist die Verarbeitung besser, aber die Materialien sind nicht hochwertig. Viel billiges Plastik. Es riecht auch so ein bisschen plastikhaft. Ich bilde mir sogar ein, während ich mit euch rede, halt es hier drin ein bisschen. Aber es knarzt nichts, es wackelt nichts. Das ist okay. Okay, wie sieht es beim ID aus? Bei der ersten Generation des ID war die Verarbeitung alles andere als ruhmreich. Das hat sich inzwischen deutlich verbessert. Spaltmaße, Stimmen hier und auch Kondenswasser sucht man vergeblich. Was hier vor allem auffällt, ist, dass die Materialien hochwertiger sind. Die Verarbeitung ist absolut solide, aber es fällt an den Materialien einfach deutlich auf, dass das hier ein wirklich hochwertiges Auto ist. Die Sitze sind hochwertiger bezogen als im BYD. Die Verkleidungen hier sind es auch. Es ist weiches Material, es ist kein hartes Plastik. Das heißt, in Summe ist die Verarbeitung zweifellos besser beim ID. Das heißt, der BYD bekommt 0 Punkte, der hier bekommt 1. Das heißt, wir sind jetzt bei 2 zu 2. Punkt 4. Garantie, Service und Werkstattnetz. Antrieb. Beim BYD gibt es 8 Jahre Garantie. Bei VW nur 2 Jahre. Bei der Korrosionsgarantie sind beide identisch. In beiden Fällen nämlich 12 Jahre. Lack-Garantie ist der BYD besser. 6 Jahre, VW nur 3 Jahre. Service-Intervall. Beim BYD ist es alle 12 Monate nötig, beim VW nur alle 24 Monate. Und zu guter Letzt das Händlernetz. BYD hat 21 Händler in Deutschland. VW 800. Sind weniger geworden, aber es ist immer noch verdammt viel verglichen mit dieser anderen mickrigen Zahl. In Summe ist es aber so, dass man hier wirklich mehr für sein Geld geboten bekommt. Das heißt, 1 Punkt für den BYD und 0 Punkte für den VW. Das macht 3 zu 2 für den BYD. Punkt 5. Reichweite und Ladeleistung. Was als erstes auffällt dem BYD, ich bekomme permanent eine Reifendruckwarnmeldung angezeigt. Nicht, weil der Reifendruck nicht stimmen würde, sondern einfach, weil das Auto keine Ahnung hat, wie viel Druck tatsächlich da ist. Wir haben aber gecheckt, es ist Luft in den Reifen. Also alles gut. Der ID ist übrigens hinter mir die ganze Zeit. Wir fahren die gleiche Strecke. Die Geschwindigkeit, die wir fahren, wird wahrscheinlich selten über 120 kmh sein, weil hier alles über das Verkehrsleitsystem auf 120 reduziert ist. Wir werden auch ein kleines bisschen Landstraße mit drin haben. Ich finde, insgesamt soll das schon einigermaßen realistisch sein für das Fahrprofil für diese Art von Auto. Deutet, man wird hier nicht Langstrecke fahren. Wer das macht, ist wirklich mutig. Die Akkus sind relativ klein und man wird nicht sehr weit kommen. Aber ich finde, das hier ist ein sehr gutes Pendlerauto und für diese Kurz- bis Mittelstrecken ist es eigentlich gedacht. Mein Modus ist Normal. Das kann ich hier über diesen Mode-Knopf verändern. Zur Auswahl habe ich Normal, Eco und Sport. So groß ist der Unterschied nicht. Ich kann mit diesen anderen Hebeln hier auch die Rekuperation verändern, jetzt wo ich hier abfahre. High ist gar nicht so viel Rekuperation, merke ich gerade. Also es geht beim ID definitiv besser. Ich merke auch da kaum einen Unterschied. Also insgesamt, was ist das für ein furchtbares Geräusch? Er piept relativ oft und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum, weil die Piep-Geräusche ähnlich sind. Ich kann sie also nicht auseinanderhalten und weiß nicht genau, warum er piept. Ich vermute, das war gerade da, weil ich in den Kreisverkehr eingefahren bin und er irgendwas erkannt hat, dass ich langsam sein soll. Die Verkehrszeichenerkennung ist übrigens auch nicht korrekt. Also angeblich wäre hier 100, das kann auch nicht stimmen. Und dann piept er halt natürlich auch, wenn man die Geschwindigkeit überschreitet. Aber die stimmt auch oft nicht. Am Ende werde ich euch auch die Durchschnittsgeschwindigkeit sagen, aber ihr könnt mal davon ausgehen, dass die überraschend niedrig sein wird, weil eben auch ein bisschen Start-Stop-Verkehr mit dabei ist und nicht nur Autobahn. Also ich bezweifle, dass wir auch nur annähernd an die 100 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit herankommen, aber das Fahrprofil wird durchaus realistisch sein. Zum eigentlichen Fahrkomfort kann ich eigentlich nur sagen, der ist wirklich gut. Die Sitze sind auch sehr bequem. Er ist relativ laut über die Windgeräusche, könnt ihr vielleicht auch hier über den Ton hören. Aber abgesehen davon ist das wirklich ein gutes Auto, gutes Fahrerlebnis. Schöne direkte Lenkung, fährt sich leichtfüßig, liegt natürlich auch daran, dass er gar nicht so schwer ist. Und das ist wirklich eine richtig gute Leistung für ein Elektroauto. Zum eigentlichen Fahren... Warum macht er das jetzt? Wenn er mir nicht ständig anpiepen würde, würde es mir leichter fallen, dieses Auto zu mögen. Diese Gepieperei ist wirklich schlimm. Und ich weiß noch nicht mal warum. Und das ist auch so ein richtig unangenehmes Piepen. Es geht so durch Mark und Bein. Ich habe das Gefühl, mein Wecker klingelt. Ich mag das überhaupt nicht. Aha! Ich mag das überhaupt nicht. Wollt ihr ein Gimmick sehen? Ich wette, es wird euch jetzt richtig vom Hocker hauen. Seid ihr bereit? Okay. Hä? Wow! Und es geht auch wieder zurück. Wenn man das Auto startet, macht es das von alleine. Und ein Kollege hatte seinen Geldbeutel hier. Woraufhin die Bildschirmrotation dafür gesorgt hat, dass der Geldbeutel weggeschoben wird. Dann hat er gedacht, der Bildschirm geht kaputt. Dann hat er den Geldbeutel weggenommen. Dann hat sich das gesamte Geld im Auto verteilt. Also man muss wissen, dass dieses Auto zum Leben erwacht mit dem Bildschirm. Zum Fahren ist das echt toll. Der Antritt ist gut. Der Durchzug ist gut. Ja, es gibt nichts auszusetzen an der Art und Weise, wie der fährt. Und wenn die Reichweite gleich auch noch stimmt, umso besser. Ich bin sehr gespannt, ob der mit dem ID mithalten kann in dieser Hinsicht. Das erste, was auffällt, ist beeindruckend. Damit hätte ich nicht gerechnet. Dieses Auto ist deutlich leiser. Also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Gut, dass ich den BYD zuerst gefahren bin. Der ist nämlich nicht schlecht, der BYD. Aber das hier ist wow. Das fühlt sich an wie ein Auto, was deutlich teurer sein müsste von der Isolation her. Das Fahrwerk ist ein kleines bisschen komfortabler. Ich würde mal sagen, das ist schon jetzt im sehr subjektiven Bereich. Der hüpft hier nicht so sehr. Also man hat zwar auch diese Bewegung, aber der Dämpfer arbeitet hier einfach besser. Wohingegen das beim BYD einfach so wonk macht. Da merkt man es mehr. Ist das schlimm? Nee. Bei der Geräuschdämmung ist es wirklich wow. Das ist ein ganz anderes Auto und auch ein dadurch eben viel angenehmeres Fahrerlebnis. Vor allem auch auf Langstrecke. Ich kann übrigens auch die Piepgeräusche hier permanent ausschalten. Das bedeutet, nach jedem Start kommt es nicht wieder zurück. Das finde ich übrigens super, wenn man das machen kann im Menü. Bei den Fahrmodi. Mode ist, okay, ich bin jetzt auf Sport gewechselt, aber eigentlich ist der Mode Komfort. Da bleibe ich auch die ganze Zeit. Geschwindigkeitsbereich ist hier ähnlich. Der BYD fährt jetzt hinter mir. Zum Fahrerlebnis habe ich das Gefühl, muss ich eigentlich nicht viel sagen. Das ist einfach grundsolide. Wohingegen ich zur Bedienung eigentlich relativ viel sagen muss. Denn das ist teilweise eine Folter. Ich will jetzt nicht behaupten, dass der BYD alles richtig macht und super, super toll ist. Aber er ist wirklich nicht viel schlechter. Ganz im Gegenteil. Ich habe hier zwar keinen Bildschirm, der sich dreht, wow, ne? Aber diese Menüstrukturen sind einfach so wahnsinnig nervig. Ein Beispiel, was ich euch mal zeigen kann. Wenn ich jetzt irgendwas im Assistentenmenü ändern möchte, dann habe ich diesen Knopf hier, drücke auf Assist. Und dann bekomme ich aus unerfindlichen Gründen so eine Art Screensaver-Bild, wo dann einfach IQ Drive draufsteht. Und dann muss ich nochmal zusätzlich ganz weit von mir weggreifen auf dieses Ding da, um dann die einzelnen Funktionen auszuwählen. Die auch ganz ehrlich nicht so super leicht erreichbar sind. Ich meine, ich habe hier diese Scroll-Möglichkeiten. Aber BMW zum Beispiel hat das viel schöner gelöst mit den Kacheln, die viel leichter anzutippen sind. Ja, es ist irgendwie eine endlose Geschichte, was das Infotainment von VW angeht. Ich meine, es war mal schlimmer. Auch die Latenzzeiten, die es hat, das ist alles so lala. Die Rekuperation kann ich hier auch super einfach an dem Drehhebel ändern. D bedeutet so gut wie keine. Wow, das merkt man. Und B ist dann One-Pedal-Driving. Und der Unterschied ist hier wirklich gewaltig. Ich denke, VW hat dieses Auto definitiv überentwickelt für den Preis, den man aktuell vor allem dafür bezahlt. Also, dass das auf Dauer nicht gut geht für dieses Unternehmen und dass sie da ziemlich Verluste machen, ja, davon kann man ausgehen. Ich bin echt mal gespannt, wie sich BYD in Deutschland durchsetzen wird. Denn ja, das Angebot ist gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wirklich so die Qualität und das Erlebnis, was man beim Fahren hat, das ist hier nochmal was ganz anderes. Ich kann es wirklich nur jedem mal empfehlen, beide Autos zu fahren und dann einfach mal so selbst zu erleben, wie krass dieser Unterschied ist. Interessanterweise ist dieses Auto langsamer als der BYD, obwohl die Leistung identisch ist. Das liegt am Gewicht, 204 PS und 204 PS in beiden Autos. Aber so viel weniger Masse, die der BYD bewegen muss. Aber ganz ehrlich, bei dieser Fahrzeugklasse ist es da wichtig, dass man 0,4 Sekunden schneller auf 100 beschleunigt. Bei der Reichweite wird es sehr interessant. Denn wenn ich jetzt hier so schaue, was der mir anzeigt, dann deutet doch einiges darauf hin, dass der ID mehr Energie verbraucht. Das Antriebskonzept ist auch ein bisschen unterschiedlich. Beim BYD habe ich Frontantrieb, bei dem hier Heckantrieb. Wie weit sind wir jetzt gekommen? Zuallererst der BYD. Er soll offiziell 427 Kilometer mit einer Ladung schaffen. Wir haben es unter realen Bedingungen bei einer Außentemperatur von 3,5 Grad auf 325 Kilometer geschafft. Die Durchschnittsgeschwindigkeit waren 80 kmh, für beide Autos übrigens. Und der Verbrauch für den BYD waren 18,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Jetzt der VW mit dem etwas kleineren Akku. Offiziell ist der angegeben mit 435 Kilometer. Haben wir nicht erreicht. Es waren 296 Kilometer. Und der Verbrauch? 19,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Allerdings muss man auch die Ladeleistung berücksichtigen bei beiden Autos. Und die ist leider nicht so gut beim BYD. Der schafft maximal 88 kW, wohingegen der VW 120 kW laden kann. Die Differenz zwischen beiden bei der Reichweite ist zwar vorhanden, aber ich wage es mal, beiden in diesem Fall einen Punkt zu geben. Das bedeutet, der BYD hat 4 und der ID 3. Das ist einfach ein verdammt attraktives Angebot und sehr gutes Gesamtpaket. Aber mit diesen ganzen Rabatten im Moment steht der definitiv nicht schlecht da. Ich kann nur jedem mal empfehlen, beide zu fahren, denn vom Gefühl her ist der doch sehr viel angenehmer. Aber das ist dann letztendlich eure subjektive Entscheidung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liked, abonniert den Kanal, geht auf kawa.de für Neuwagen. Und hier um mich herum könnt ihr andere Videos von uns schauen. Bis zum nächsten Mal.